Wenn ich kann offiziell verkünden, am nächsten Woche ist die brandneue App im App Store. Herzlich willkommen im PNT Center. Wir bauen das erste Zentrum Europas für Personalized Nutrition Technology. Das Wichtigste ist für mich, dass wir den Fokus auf Prävention legen. Dass der Arzt wieder den Patienten vollumfänglich behandeln kann und auch die Ernährung bzw. den Lebensstil mit unterstützen kann, damit wir die lebensstilbedingten Erkrankungen wieder reduzieren in Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast jetzt die Möglichkeit, diese große Vision Realität werden zu lassen. Du kannst mithelfen, dass wir Ernährung als Prävention nachhaltig in der Medizin und in der Gesellschaft unterbringen. Such dir eines der Dankeschöns aus und damit investierst du nicht nur in die Zukunft, in das PNT Center, sondern auch in dich. Durch wahnsinnig viel Wissen, das du dir aneignen kannst. Wir sagen jetzt schon vielen Dank und bis bald.